Hallo liebe Leute und Willkommen zu einem neuen Video von Mirko und mir. Wir hatten heute auf jeden Fall Lust in den Zoo zu fahren, bzw. in so ein... Wie heißt dieser Zoo? Ja, so mit Tigerbabys und so. Und dann sind wir einfach losgefahren, sind jetzt schon eine Stunde unterwegs, irgendwo in der Pampa. Und wir sollen jetzt wohl hier sein, aber hier sieht es nicht aus nach Zoo. Ich kann euch das mal zeigen. Nicht aus nach Zoo? Das ist bestimmt alles eine Dings. Das sieht komisch aus, ich hab irgendwie Angst. Das ist noch eine Giraffe. Wo? Siehst du hier eine Giraffe? Was ist das denn da? Ein Kamel, ey. Wieso? Mirko! Mirko, das ist ein Kamel. Mirko muss hingehen. Das ist so ein privates Ding hier. Du musst, glaube ich, erst mal vorher buchen. Da schießen überall so knarren oder so. Das ist jetzt wie eh. Frag mal, sagst du Hello? Wenn du sagst, buchen wir jetzt den mal einfach. Ring the bell for service. Ja, ring the bell, ja. Was soll ich denn jetzt sagen? Wir haben eine Frage, wir wollten hier rein. Ja, ihr könnt es ja nicht mit dem Auto rein. Hier sind doch Tiere. Dann muss man das buchen, frag mal. Morgen, ist es logisch? Ja, Morgen. Ich habe eine Frage. Ich möchte eine Tour mit meiner Daughter machen. Ist das möglich? Oder muss ich es vorher buchen? Nein. Wir sind aus Deutschland. Okay, kein Problem. Wir haben die Tour mit 12 Uhr. 12 Uhr? Okay. Okay, nein. Ich werde hier parken und warten 30 Minuten. Nein, nein. Ich werde dich öffnen und warten. Okay, danke. Ich werde dich öffnen und warten. Okay, danke. Wow. Oh mein Gott. Wir kommen willkommen in der Kasa. Das sieht ein bisschen aus wie Jurassic Park. Jetzt machen wir keinen Faxen, weil hier sind Flamingos und so. Flamingos? Zack. Schreit er nicht so. Guck mal, ich nehme direkt einen Veran hier mit. Oh, voll. Florian. Das war Untertitelung auf die母� obscene� B Lynch. Die Behörden von Flamingos und膽 vomiting in Beiratung. Das ist der Appel. 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 Das ist der Appel.